Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Griefer Gips News Leute. Heute haben wir mal einige News, die in der letzten Woche einfach mal so abgegangen sind. Und zwar wurde erstmal am 3.3. die Farmwelt resettet Leute. Also könnt ihr jetzt wieder auf schönen Farmen gehen. Für die Farmer unter euch ist es eine interessante Info. So Leute, denn es gab ja diese Artikel 13 Karten auf CDWid 1. Und zwar hat das Zwieback ungefähr, ich glaube eine Doppelkiste davon gemacht. Und das mit Wordedit immer wieder kopiert, kopiert, kopiert. Bis es irgendwie, bis zur maximalen Bauhöhre sind irgendwie 200.000 Karten gewesen. Irgendwas um den Dreh. Und diese 200.000 Karten hat wirklich irgendein Mensch leer gemacht. Der ist 200.000 Mal auf so einen Schalter halt runter, rüber, runter, rüber. Mit der immer wieder eine neue Karte bekommt. Das hat er 200.000 Mal gemacht Leute. Und dann waren alle Kisten leer oder es haben mehrere Spieler gemacht. Das ist schon echt ein bisschen... Und ja Leute, dann muss ich euch mal noch was erzählen. Und zwar war es am Samstag um 8.00 Uhr ist schon wieder der TeamSpeak gecrashed. Und dazu gibt es jetzt nochmal eine kleine Story von mir. Und zwar ich natürlich mit meinen Schnellreflexen, man kennt ihn, direkt den ersten Channel gesaved. Und ich habe ihm direkt den Boost-Klan gegeben, dem lieben LaneTime Leute. Ich habe gesagt, er kann ihn haben. Und ja, das war eigentlich eine recht nice Aktion von mir. Dacht, denke ich mir jetzt so. Und mal ersten Channel zu haben, ist auch nicht schlecht. Ja Leute, jetzt kommt mal noch eine ganz schön schlechte News, finde ich. Was er abgeht da schon, wie er sich dabei gedacht hat. Haben wir mich auch wieder gefragt. Aber, naja. Und zwar hat er das Guthaben von, also wenn man jetzt neue Joint auf 5 Dollar heruntergesetzt. Von 1000, weil einfach viel zu viele Leute mit zweiter Account immer gekommen sind und sich das dann immer wieder gepayt haben. Also Leute, das muss man echt nicht machen. Man hätte es auf 500 Dollar oder so runter machen können. Aber doch nicht auf so viel. Das ist ein bisschen, ich finde das ganz schön weh, um ehrlich zu sein. Gut Leute, dann war es das auch schon mal wieder von dieser Ausgabe der Griefer Games News. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like und ein Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.